Dieser Obstkuchen vom Blech gehört zu meinen erklärten Lieblings-Sommerkuchen, denn der schmeckt einfach grandios. Dieser leckere Biskuitboden ist luftig weich wie eine Wolke. Darauf kommt eine herrliche Creme, die ist nicht so süß. Und dann kannst du bei den Früchten der Fantasie vereinen Lauf lassen und verwenden, was du eh zu Hause hast und was weg muss. Wir legen los, damit die Eier zu trennen und erstmal das Eiweiß steif zu schlagen. Dafür ist es ganz wichtig, dass dein Rührbesen und die Schüssel sauber sind. Also im Zweifelsfall nochmal mit ein bisschen Apfelessig auswischen. In der separaten Schüssel schlagen wir dann unsere Eigelb steif. Das funktioniert am besten mit ein bisschen heißem Wasser und Zucker. Die genauen Angaben findest du wie immer auf heiße Himbeeren. Dann rühren wir da ein bisschen was von unserem Eischnee unter, um die Masse noch weiter aufzulockern und geben unsere trockenen Zutaten mit dazu. Die werden dann zusammen mit dem restlichen Eischnee ebenfalls untergehoben. Ganz wichtig hier jetzt nicht zu viel Luft rausschlagen, sondern ganz vorsichtig nur unterheben und nicht zu wild rühren. Wenn sich dann alles gut verbunden hat, geben wir den Teig auf ein vorbereitetes Backblech. Hier könntest du jetzt einen Backrahmen verwenden. Ich schneide ihn aber lieber nachher zu und streiche den Teig schön glatt. Der ist auch wirklich in ein paar Minuten fertig. Also geht er auf keinen Fall zu weit weg, denn er braucht maximal eine Viertelstunde. Wenn der Boden abgekühlt ist, das geht auch sehr schnell, schneide ich ihn zu und gebe einen Backrahmen drum. Einfach damit die Creme gleich ein bisschen besser hält. Jetzt, wie gesagt, kein Muss, du kannst es auch einfach so machen, dann lass ihn am besten auf dem Backblech liegen, damit die Creme nicht davon läuft. Wir schlagen die Sahne auf, packen da Quark und Frischkäse dazu, sowie unseren Puderzucker und Vanilleextrakt. Und was ich sehr gerne mag, ist ein bisschen Zitronenabrieb, das lockert einfach die Creme herrlich auf. Das Ganze wird einmal untergerührt und auf unseren Boden gegeben. Ebenfalls schön glatt gestrichen und jetzt darf nach Herzenslust dekoriert werden. Du kannst die Früchte da wild durcheinander draufwerfen oder, so wie ich, den Kuchen schon mal in Stückchen einteilen und dann ganz minutiös einzelne Kuchenstückchen zusammensetzen. Das eignet sich vor allen Dingen dann, wenn du wählerische Esser in Sachen Obst hast, dann kannst du nämlich für jeden einfach das Optimum zusammenbauen. Und dann geht es kurz ab in den Kühlschrank, dass die Creme sich setzen kann. Hier könntest du jetzt auch noch Tortenguss verwenden, von dem bin ich selbst überhaupt kein Fan, deswegen lasse ich ihn weg. Aber wenn du Tortenguss magst, verwende ihn sehr gerne, dann hält das Obst noch ein bisschen besser. Und dann ist auch schon Zeit, sich den leckersten Obstkuchen vom Blech schmecken zu lassen. Am liebsten mit einer frischen Tasse Kaffee.